So, Seite 173, die 11. Ich habe so ein Sektglas und das ist näherungsweise ein umgedrehter Kegel und dieses Sektglas soll zur Hälfte gefüllt sein und ich mache mal hier den schwarzen Radius. Also hier der Durchmesser ist 6 cm und die Höhe ist h gleich 15, genau 15 cm und dann mache ich mal blau, das kleine hier, das nenne ich jetzt r2, kenne ich nicht, logischerweise ist die Höhe h2 gleich die Hälfte, 7,5 cm, weil steht er da zur Hälfte gefüllt und der Radius hier ist natürlich die Hälfte von den 6 cm, also der schwarze Radius, r1, h1, h2, r2, genau und wir suchen r2, sauber macht man das mit dem Strahlensatz. Also ich habe hier so ein Dreieck, genau und hier dieses r1, rechter Winkel und dann kann ich sagen, r1 zu h1 gleich r2 zu h2, damit ist, wieder schön blau, r2 gleich h2 mal r1 durch h1 gleich, 7,5 mal 3 durch, genau, 15 waren jetzt hier, 15 cm, also r2 gleich 1,5 cm, das kann man auch so nach Gefühl eigentlich sehen, dass ich das Dreieck, also wenn ich mir dieses Dreieck anschaue, das ist genau die Hälfte von dem grauen Dreieck da. Ja, gut, und jetzt brauchen wir mal das Volumen, v gleich 1 Drittel, Grundfläche, also jetzt blau, klein, blau, klein, v gleich 1 Drittel, Grundfläche mal Höhe, also h2 gleich 1 Drittel, 1,5 cm zum Quadrat, r Quadrat Pi mal 7,5 cm, v2 Taschenrechner, 1 Drittel mal 1,5 cm, mal 3,5 cm, mal 7,5 cm, gleich, so 17,7 cm hoch 3 cm. Und das große war, v1 ist 1 Drittel, 3 cm Quadrat Pi, r Quadrat Pi mal 15 cm, so, also 1 durch 3, mal 1,5 cm, ne, 3 cm sind wir jetzt, genau, zurück, 3 Quadrat mal, ähm, 3,14,15 cm, mal 15, gleich, 141,4 cm, v2 gleich 1,41,4 cm hoch 3 cm, so, und was wollen Sie wissen, wie viel Prozent des Gesamtvolumen ist das hier, also wie viel Prozent ist das, also das ist ein Bruchteil, also wenn ich bekomme, das ist immer so die große Frage, ähm, ich bekomme 3 von 7, dann mache ich halt 3 Siebtel und dann habe ich meinen Bruchteil, den ich kriege, und hier mache ich es dann genauso, ich teile, also 1,7,7 durch 1,41,4, ähm, das sind, ist ungefähr 0,125, also ist 12,5%, das ist die, ähm, Antwort auf die Frage, was ja ganz interessant ist, das Sektglas schaut, ja, es ist zur Hälfte gefüllt von der Höhe, ich habe aber nur 12% vom Sekt, wie hoch muss dieses Glas gefüllt sein, damit es halb so voll ist, das ist jetzt die B, dann mache ich, äh, ja, nochmal hier weiter, also entscheidend ist jetzt das, was ich hier berechnet habe, hier dieses Volumen, die 1,41, das heißt, wir haben ein, nennen wir es mal V3, so, V3 ist die Hälfte von V1, ist also die Hälfte von 141,4 cm hoch 3 ist, so, 70,7, 70,7, okay, wäre vielleicht sogar im Kopf gegangen, cm hoch 3, gut, und ich habe die Formel V3 gleich, ein Drittel Grundfläche mal Höhe, also Grundfläche 3, und gefragt ist die Höhe, also nach der löse ich auf, also mache ich mal 3, und dividiert durch dieses G3, hmm, jetzt mal, das ist, nee, nee, das haut nicht hin, ja, also ich berechne so einfach mal drauf los, aber in die Grundfläche ist ja, ähm, G ist ja R² Pi, und diese, der Radius hängt ja auch wieder von der Höhe ab, also brauche ich zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, also ich habe V3 gleich ein Drittel R3² Pi mal h3, super, ja, und also mit zwei Unbekannten Radius und Höhe, ja, ist schon mal, ja, ist schon mal schön, gut, und dann gehe ich jetzt mal wieder zurück zu dieser Situation, dass ich mir das so vorstelle, dieses Sektglas, wie ein Strahlensatz, also ich hatte das graue Dreieck, und habe jetzt so ein, ja, so ein kleines blaues Dreieck, und ich habe blau, habe ich jetzt hier, also R3 H3, und außen habe ich R1 H1, also das Ganze, ja, genau, also R3 zu H3 ist wie, was hatten wir, 3 cm zu 15 cm, so, und mit der Situation habe ich jetzt zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, das haut hin, ich muss hier, genau, auflösen, einsetzen, ja, also ich könnte hier zum Beispiel noch R auflösen, R3 gleich 3 durch 15, also ein Fünftel, 0,2 H3, das da einsetzen, dann habe ich V3 gleich 1 Drittel, 0,2 H3 Quadrat, mal Pi mal H3, dann habe ich V3 ist 1 Drittel mal 0,04 Pi, und die zwei schmeiße ich zusammen, diese ganzen da, mal H3 hoch 3, ein bisschen blöd mit dem 3 hoch 3 und so weiter, aber, ja, die ganzen Zahlen zeug ich es da rüber, und dann die dritte Wurzel. H3 ist die dritte Wurzel aus ziemlich viel, V3 durch 1 Drittel 0,04 Pi, haut hin. Das heißt, V3 war irgendwas genau, 70,7, 70,7, ein Drittel 0,04 mal Pi, im Taschenrechner, statt dritte Wurzel mache ich hoch ein Drittel, und ganz hinten noch Zentimeter, damit es passt, und bin gespannt, ob es hinhaut. Also, Klammer, Wurzel, nee, zurück. So, äh, 70,7 durch 1 Drittel mal 0,04 mal 3,145, so. H3 gleich 11,9 cm, muss der Lösung nicht angeschaut, könnte ein Rundungsfehler drin sein. Ja, wie hoch muss es gefüllt sein? Also, 11 von 15, dann habe ich es halb voll. Und dann die C, da geht es dann um Buchstaben. Das ist mal, löse A und B für ein beliebiges Kelchglas, dann habe ich also ein Kelchglas mit R1, H1, genau. Aber das, äh, ja, das machen wir jetzt, das passt schon.